Mama! Mama! Oh, da bist du ja. Ist das ihrs? Ich habe ein Rezept dafür. Ist deine Mutter immer noch nicht da? Sie nimmt von ihre Medizin. Dadurch produziert der Körper neues, gesundes Blut. Aber in Amerika gibt es einen Arzt. Der kann sie wieder gesund machen. Was ist los? Ladies and gentlemen. As you can see, we have control of the plane. We want this operation of ours to go off without a hitch. If not... Use your imagination. Ich bin so unbe. Ich bin so unbe. Ich bin soorts. What the hell? Hast du blut getrunken? Es ist der einzige Weg, um sie zu stoppen. Oder werden sie alle auf dem Bord töten. Es ist der einzige Weg, um sie zu spüren. Come on! Betoni. Sie wollen sie weg von der Sonne weg. Lass uns die Sonne weg. Diese Person ist in hier. Sie können sie nicht mehr sein.